Also, jetzt sind wir in F-Dur. Wenn ich Tonleitrevier spiele, dann habe ich hier Bb, oder mit dieser Hand. Wenn ich jetzt eine normale 1-4-5-Kendence machen würde, also einfach erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, komme ich F-Dur rüber, Bb und dann C. Und jetzt schaue ich, dass ich da, also wieder in die Mitte beim Klavier, dann komme ich automatisch da, die zweite Umkehrung rüber vom F-Dur. Dann vom Bb nehme ich da, der nächste Weg zum Bb ist für da die erste Umkehrung, nur drauf die Bassnoten, dann gehe ich zurück in die Grundstellung, C-Dur, und dann kommen wir wieder auf den F. Also F, zweite Umkehrung, Bb, erste Umkehrung, C-Dur, Grundstellung. Das ist das? Das ist das? Das ist das?